Willkommen zu einem neuen Let's Test, diesmal ein Free2Play Game mit Skulldor und zwar No More Room in Hell, es ist ein Zombie Survival Game, also jetzt nicht so was wie DayZ mit Open World oder so, aber es ist, was ist denn das, ne Half-Life 2 Mod, oder? Glaub ich, ne Standalone Half-Life 2 Mod war es, glaub ich, und, ähm, ja, bei dem Server kann man irgendwie seine Waffen auswählen, ne, Sex? Ja, ich hab mir jetzt, sag mal, aus Versehen mal Medikit und Pillen geholt, den Rest hab ich jetzt gelassen, weil es ist ja, glaub ich, doch zu viel. Genau, und bei dem Spiel gibt's eigentlich, äh, verschiedene Spielmodi und verschiedene Karten, wir haben jetzt eine Karte genommen, wo wir gegen, äh, Wellen überleben müssen, aber dann gibt's auch noch so Karten, wo man solche, Missionen, Missionsziele abschließen muss, also dann irgendwie das abschließen, irgendein Tor aufmachen, eine Batterie finden und, ja, dann irgendwann mal entkommen, etc. Genau, aber da wie auch ganz Spaß ist, ist eigentlich, oh, hier sind Tabletten, nehm ich mir mal schon mal. Genau, aber bei so einer Welle, sag ich mal, kann man es auch ganz gut zeigen, das Spiel. Ja. Also man kann's, glaub ich, bis zu acht spielen, aber das Problem ist, wenn man mit zu vielen Leuten spielt, dass man sich dann gegenseitig einfach die Waffen wegnimmt, und vor allem die Missionen, und da macht's mir eigentlich nicht mehr so viel Spaß, muss ich sagen. Also ich find's zu zweit ist es, genau, für zu zweit ist es ideal. Aber da kann man sich halt gut absprechen, aber man kann's sagen, da tut man die ganzen Waffen deponieren, da die Munitionen. Genau, da die Munitionen und wer welche Waffen nimmt, und wer mit welcher Munitionen. Ne, und es ist, es sieht leicht aus, so ein Zombie, hey, oh, das ist ein Zombie, ihr dürft eigentlich keine Angst haben, äh, und eigentlich easy gewinnen, aber, Ja. Es ist echt nicht so leicht, wie es aussieht, das könnt ihr euch selber ausprobieren, ist ja ein, äh, Free-to-play. Free-to-play. Also, wenn ihr Zombiespiele mögt, vom, so, so, also, zum Wellenüberleben oder so, so wäre hier das, wie, wie heißt das, beim Call of Duty die Wellenmissionen gemacht hat, die Zombie-Wellen, äh, dann ist das eigentlich ziemlich gut für euch, weil es ist sehr schwer, weil die greifen ein ziemlich leicht. Ja. Und wenn man angegriffen wird, kann man infiziert werden, wenn man dann keine Tabletten hat. Dann wird man ein Zombie. Man kann eben zwar nicht selber, ja, man kann ja selber nicht steuern, ist es einfach dann, dass du, dass die Gegner dann dich als Zombie haben, also, dass deine Mitspieler dich dann selber als Gegner als Zombie haben. Aber, du kannst halt nur noch zugucken. Genau. Und wenn man eine gewisse Anzahl von Zombies gekillt hat, kann man respawnen, das sieht man rechts oben irgendwann mal, da macht es auch immer so, so, bling und dann steht da oben eine Zahl. Oh, shit. Genau, man kann sie nicht. Ich weiß nicht, wie viel man killen muss, um mal respawnen, ah, scheiße. Respawnen zu können. Alter, der ist relativ stark, der Typ. Ja, diese Soldaten-Zombies. Na, das ist kein Soldat, das ist ein ganz normaler, aber den habe ich jetzt schon so oft gehauen. Ah, jetzt ist er gut. Oh, ich wünschte, ich hätte meinen Vorschlag, haben wir. Ich habe so ein Brecheisen, der ist auch ganz gut. Ja, wir, und hier sind so, ähm, da ist eine Medikiste, aber die ist noch nicht da, man kann die da hinstellen, die muss man irgendwo auf der Map finden und, wow, sind da viele. Und dann muss man die da hinstellen, damit die funktioniert. Weißt du, was mir gerade auffällt, was auf der Kart auch fehlt? Und das auf der, auf diesem Server keine Zone gibt zum Verteidigen. Doch, bei mir steht es nicht da. Weil normalerweise bei diesen, äh, Servern, geht's bei dir oben, oder? Ja, bei mir steht es ohne A da, 100%. Bei mir, bei mir steht es nicht da. Also, bei mir steht es nicht da. Bei so Wellen, haben wir es schon gesagt, ich weiß gar nicht, dass man solche Zonen verteidigen muss. Wenn man halt außerhalb von dieser Zone ist, die Zombies drin stehen, dann geht das halt von 100 runter. Oh, ich bin infiziert. Scheiße, hast du, da habe ich Tabletten dabei. Ja, ich habe Tabletten, ich habe, ich habe welche dabei. Achso, hast du eh schon genommen, okay. Oh, man, man, man. Das sieht sehr gut, wie ich jetzt infiziert war, so links am Bildschirm, überhaupt rund um den Bildschirm rum, ähm, war das dann so, so linienartig, so heißt, würdest du mutieren, das sieht, denke ich, ganz so nice aus. Und dann gibt es verbluten auch noch, da stand da halt, wie Blut, das würdest du bluten. Und ja, der Boss hat einen Arschen dazu. Irgendwann kommen dann auch laufende Zombies dazu und es kommen dann auch irgendwann mal Kinder. Ja, das hört sich mir auch komisch an. Scheiße. Und es gibt noch Krabbeln. Weil meistens ist es hier in Deutschland so ein bisschen erlaubt mit, ähm, Kindern und so zum Töten. Ja, das ist... Oh, das wundert mich, dass es hier erlaubt ist. Ich habe die, äh, Medikiste, oh Gott, Medikiste gefunden. Sehr gut. Die pflanze ich gleich mal da hin. So. Au. Scheiß Zombie. So, jetzt suche ich, da sind schon mal welche. Ah. Da ist auch einer, aber ich gucke erstmal ein bisschen nach Munition und Waffen. Hier ist eine Waffe. Oh, da ist wieder... Ich muss immer schnell hallen. ...die Tabletten. So. Weil wir... Hier ist es wichtig, dass du die Sachen sammelst, weil wir in dem Spiel... Oh Gott. Weil, ähm, du hast zwar dann Waffen, aber die Munition ist immer sehr knapp. Und dann, du hast verschiedene Munition und verschiedene Waffen. Und das muss man immer so ein bisschen anpassen. Ich tue die Waffen wieder dort hin, wo wir die mal letztes hergetan haben. Und nach einer gewissen Wellenanzahl kommt dann irgendwann mal ein, äh, Supply Drop. Also da kommt so ein Helikopter und wir wirft so eine Kiste ab. Und das sind dann, äh, Ausrüstungsgegenstände und Munitionszeug drin. Genau, da kann man sich ein bisschen ausrüsten. Glaubt, der kommt sogar nach der... ...fünften Runde oder so schon? Ich weiß sogar nach der dritten, ich weiß es gar nicht. Man muss immer ein bisschen auf seinen Rücken achten, weil... Ja. Man muss immer relativ... Und immer weit genug von den Zombies wegbleiben, weil... Die greifen einen echt schnell, das ist... Ja, das ist... Nervig. So, wo bist du denn eigentlich? Ach, aber das ist... Ich bin grad da unten. Ach, das ist ein Zombie. Ich seh nicht aus wie ein Zombie. Ja, ich mag eine andere Nahkampfpuffe. Ich mag meinen Vor... Vorschlag kann man haben. Weil der One-Hit-Zombies, wenn man einen schweren Schlag macht. Oha, ich werde langsam hier bissel einge... Engst. Es nervt mich eigentlich, weil ich mach eigentlich immer einen Schritt zurück und trotzdem treffen die mich. Ja, mich auch. Obwohl man eigentlich gar nicht in den Armreich weit ist, aber ich ne? Überhaupt nicht, ne? Und trotzdem... Ja, ich muss das so langsam nicht hochgehen. Äh, hier oben ist es nicht besser. Ich wollte eigentlich grad runterkommen. Ja, das ist ein bisschen... Ich glaub, ich muss die Waffe benutzen. Warte, ich nehme jetzt mal mehr Schusswaffe, her. Ja, das muss sein. Oh, das war... Zwei mit einem. Du hast gleich eine Schrotflunde, ne? War zwei mit einem. Na gut. WD. Komm schon. Komm her, du. Toll, sehr schön. Genau, man kann sich auch noch verbarrikadieren. Da kann man... Aber da hast du schon so viel Leben benutzt. Ja, sorry. Die haben mich ziemlich oft mal erwischt. Da war noch irgendeine... Da war noch eine Winchester. Ne, ich hab... Ich hab Schuss. Oh, shit! Oh, shit! Oh, du kommst ja weg, die von hier. Oh, ja. Das macht Spaß. Also, ich muss sagen, das Schießen in diesem Spiel macht mir richtig Spaß. Oh, shit! Oh, ich bin... Hey, wieso bin ich... Die haben mich nicht mehr erwischt? Ich bin infiziert? Ähm... Was machst du denn du? Brauchst du Tablette? Ne, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ja. Alles gut. Ich find das Tablettenleben sieht so geil aus. Man, hier Schusswaffen sind echt scheiße. Ja, die Animation und... Eigentlich mal, das Schießen und so... Echt nice aus. Man kann auch, wenn man auf R drauf bleibt, kann man gucken, welche Munition man braucht und dann guckt da, wie viel Munition man hat. Das ist ganz nice eigentlich. Ja. So... Den können wir noch... Mit der Nahkampfwaffe weghauen. Ich hätte echt gerne eine andere Nahkampfwaffe. Base... Der Baseballschläger ist nicht schlecht, aber... Weil der Baseballschläger ist eigentlich so die typische Zombie-Waffe. Irgendwie schon, ja. Ich bin mit der Brechstange eigentlich ganz zufrieden. Die Brechstange steht eigentlich für Half-Life. Ja, schon. Oh, da draußen ist gar schon was los, aber ich musste mal reingucken. Hier ist nichts... Doch, hier ist eine Schaufel. Eine Schaufel ist eigentlich ganz nice. Weiß nicht, ob die Schaufel besser ist als Baseballschläger. Ich bin mal nicht so hier. Oh, da unten sind noch einige Zombies. Ich warte erstmal, bis sie hochkommen. Hier ist eine Waffe. Ich habe eine Waffe gefunden. Die nehme ich mal mit hoch. Gut, gut. Jetzt nehme ich die Waffe mit. Bitteschön. Oh, cool. Ich nehme meine Brechstange. Der schmeißt immer beide Waffen gleichzeitig weg. Das nervt voll. So. Haben die hier noch irgendwas? Oder hier war ich schon, ne? Und ich muss auch zugeben, der Soundtrack von dem Spiel ist sehr gut. Wenn ihr bei mir jetzt ein bisschen im Hintergrund zuhört, das macht echt Stimmen. Vor allem, wenn man im Hauptmenü ist. Also das habe ich jetzt ausgestellt ehrlich gesagt. Also im Hauptmenü habe ich das ganz leise gemacht. Du höre ich es noch leise, aber in-game höre ich das schon gar nicht mehr. Doch, ich höre es gerade so ganz leise in meinem Hintergrund. Das doodelt so vor sich hin und ich finde es echt richtig cool. Passt richtig gut, finde ich. Ich habe es ganz leise. Ich bin jetzt auf Escape-T-Optionen. Audio, die Musik gerade stärker ein bisschen hochdrehen. Ich höre nichts. Oh. Doch nicht. Deshalb dachte ich jetzt, weil... Ach doch, erzähl ich was. Erzähl ich was im Hintergrund. Das bleibt. Okay, und falls ihr euch fragt, ist es der Helikopter? Ja, äh, keine Ahnung. Ja. Nein, das ist halt. Sonst hätte das Spiel keine Logo, wenn wir gleich raus wären. Ja genau, das ist der Heli. Der gerade ein bisschen laut ist. Ja. Oh, Erste Hilfe. Er ist gut. Erste Hilfe, ja. Tabletten. Oh Gott. SKS, was nehmen wir noch? Ich nehme. Du meine... Am besten wir tragen einfach mal alles rein. Eigentlich schon, ja. Ich nehme die ganze Munition und trage die mal rein. Ich nehme die Pfeile auch noch. Ich kann nichts mehr nehmen. Ich kann nichts mehr nehmen. Erste Hilfe. Tabletten kann ich nicht nehmen. Nee, ich bin voll. Okay, warte. Pickaxe. Kann ich denn... Ich habe hier eigentlich alles. Baseballschläger nehmen, kann ich denn jetzt Pickaxe nehmen? So habe ich ehrlich gesagt. Nein, kann ich nicht. Okay. Ich habe nur eine Muni. Das kann nicht sein. Irgendwas mache ich da verkehrt. Das ist Muni. Wieso bin ich schon wieder infiziert? Ich glaube, der infiziert sich die ganze Zeit von allein. Hast du Tabletten dabei? Ja. Echt? Aber seit ich mich... Das muss ich dann echt nachgucken. Mich hat keiner erwischt? Das ist ganz komisch. Ey, wollen wir wieder reingehen? Oder kann das sein? Ich habe geschossen. Ja. Ja, nee, da ist einer reingekommen. Ach so. Okay. Das haben wir gemeint. Die brasseln immer die Munition. Die schießen einfach wie bei so einem richtigen Shooter. Einfach... Da wird man keine Munition mehr hat. Und dann am Ende, wenn viele Zombies da sind, stehen sie da. Ja, weil es werden natürlich immer mehr Zombies nach jeder Welle. Ich glaube, ich muss mich nur heilen, kann das sein? Kann schon sein, dass du dich heilen musst. Ich habe mich mal jetzt ganz... Ganz rolle geheilt, weil... Ich weiß nicht. Wenn man nur die Tabletten nimmt, vielleicht... Verhindert bloß das, dass du... Ein Zombie wirst, aber... Nur für eine gewisse Zeit. Kann das sein. Weiß ich jetzt nicht. Bist du das daneben? Ja. Ja. Okay. Na alter, Granate. Nix getroffen, das gibt's doch nicht. Äh... Der hat auch nicht irgendwie Boom gemacht bei mir oder so. Ja, aber genau auch nicht. Das war jetzt leicht. Ja. Ach, ich sollte vielleicht ein bisschen Muni sparen. Auch wenn es mir so Spaß macht. Ja, ich weiß, das geht mir auch nur so. Das ist eigentlich ganz lustig und dann... Stehst du da, ne? Fuck. So, genau. Jetzt ist rechts oben so ein Blink-Quest und jetzt kann ich einfach respawn. Äh, die Zone. Die Zone geht eingenommen. Ich habe 87%. Was ist denn die Zone? Äh, Vermöde ist leider nicht angezeigt. Mann. 82. Thematisch. Leider hoch. Kannst du hier bleiben, weil dann könnte ich... Äh, ein Zonending holen. Der war in diesem Truck da hinten. Ja, ich weiß schon. Oh Gott. Oh Gott, das will ich. Nein, da brauche ich die Scherze. Das hilft alles nichts. I'm here, my friend. Ja. Ach, wenn man länger auf Erd drauf bleibt, wird links oben auch mal gezeigt, wie viel Leben man hat. Bei mir steht bei Health und Health Kreuz. Ja, das stimmt, ja. Ich glaube, das liegt aber am Server, oder? Ich glaube, das liegt aber am Server, oder? Oh, das zeigt nicht wie viel das steht. Ruhe! Ach so, crazy, klar. Ich glaube, der hat eine Muttersäge. Ja? Das hört sich an wie eine Muttersäge. Ähm. Oh, und ich habe die Melodie jetzt auch ein bisschen angemacht. Oh, das wird ein Double... Double Kill? Alter, hat der eine Minigun, oder was? Toll, der letzte Schuss hat mich eingekillt. Ich fasse es einfach nicht. Was? Abstimmung? Wer will denn eine andere Karte spielen, oder? Nein. Oh Gott, das bist du. Alter, jetzt hätte ich bei einer Flucht geschlagen. Hat der jetzt nicht gegriffen gehabt, oder nicht? Stimme die nächste Karte. Die hatte ich gegriffen. Was bei mir... Eins nicht stimmen. Nicht abstimmen. Drück mal eins. Habe ich schon. Das stimmt jetzt. Ja, geil. Der eine... Wir beide sagen nein. Der andere sagt andere Karte, und was passiert? Die Karte wird gewechselt. Hä? Ohne Witz jetzt. Hütten wir. Weil ich es richtig verstanden habe. Hütten wir. Ja. Achso, vielleicht wenn die Runde vorbei ist, wenn wir tot sind, dass die nächste... Achtung! Rennen der hinter dir! Oh, natürlich. Danke. Oh, Kind. Ich glaube, ich bin schon wieder infiziert. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, dass wenn du einmal infiziert bist, bist du immer infiziert. Du brauchst immer wieder... Ähm... Weißt du was fies ist, wenn diese scheiß Soldat-Zombie rumläuft? Das gibt's ja immer gar nicht. Scheiße, hast du noch mal Tabletten irgendwo? Äh... Ja, ich habe keine Tabletten, aber ich habe so ein... Äh... Was anderes. Achso, ist das so ein Stab? Ja. Bei den hätte ich auch. Kann ich den auch nehmen? Den kannst du hernehmen, der ist auch gegen... äh... gegen die Infektion. Okay. Das wusste ich selber zum Beispiel noch nicht. Ah... Ja, ich habe es einfach mal hergenommen und dann... Vielleicht... Vielleicht... Ich weiß es zwar nicht, ob das jetzt stimmt. Aber... Vielleicht ist das... Die Spritze... Das Heilmittel... Also, dass du nicht... Gar nicht infiziert. Das andere... Äh... Verschiebt das bloß. Alles möglich. Das weiß ich jetzt nicht. Weil ich habe jetzt dreimal die Tabletten genommen. Oder zweimal. Und ich wurde dann immer wieder... Kam der Bildschirm. Obwohl ich eigentlich nicht erwischt wurde, glaube ich. Da hast du manche Waffen, da braucht man echt zwei Headshots. Das ist... Cool. Nehme ich lieber die Colts, die ist so geil. Bah... Oh, das Treffer-Feedback von der Waffe ist so geil. Aber der echt trefft den nicht, der fückt sich die ganze Zeit so kacke. Scheiße. Genau, und falls euch das Spiel gefällt, können wir ja auch nochmal so eine Mission spielen. Ja, da... Oder wenn ihr mal noch eine Folge sehen wollt, oder eben mit den... Ja. Dann könnt ihr ruhig sagen... Dann noch mal so eine Welle mit einer anderen Karte. Genau. Und andere Karten oder so. Dann einfach in die Kommentare schreiben. Dann machen wir das. Bei Skull oder mir. Alter, das sind einige viele. Ja. Ich habe leider keine Waffe mehr gerade. Ich brauche nicht eine andere Waffe gerade. Ich habe gerade überhaupt gekonnt. Ich weiß nicht welchen Muni ich habe. Ich habe die... Die grüne 12 Gauge. Das ist Schrotflinte. Das ist Schrotflinte. Ich habe eine Schrotflinte. Aber ich... Ich habe für die Schrotflinte, für die Remington faue ich... Ah ne, passt schon. Das ist eine ganz blöde Frage. Kann das alles mal auf diesem... Auf diesem Servo unendlich viel Muni zu haben? Ne. Mein nicht. Weil ich kann ständig nachladen. Die Muni geht bei mir nicht aus. Warte, ich probier's mal. Ich habe jetzt für die... Warte, ich probier's jetzt mal. Ich schieß jetzt auch mit der... Weil ich kann einfach schießen und schießen. Schießen. Ah, die Motörfäcke, die nervt. Mega. Aber was auch immer. Das ist Uzi oder keine Ahnung. Oh shit. Es ist natürlich jetzt... eine Herausforderung. Weil es habe ich jetzt... Ich glaube, dass man noch nicht wissen, was das auf dem Server da ist. Na gut, es ist jetzt eigentlich schubblöd, ne? Weil das ist jetzt... keine Herausforderung. Jetzt habe ich noch 8 Schuss, theoretisch. Kannst du immer wieder nachladen? Nein. Ja, Tatsache. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich kämpfe die ganze Zeit im Nahkampf und so. Ah, also das ist jetzt irgendwie blöd. Ja, das ist... Weil das ist jetzt wirklich keine Herausforderung. Ja, da braucht man fast gar keine Wacht und nichts. Das ist ja voll blöd. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd geworden jetzt. Aber normalerweise, wenn du einen anderen Server bist, dann ist es meistens so, dass, ähm... Ja, das... Kann man doch so, glaube ich, eigentlich rausfinden, ob das jetzt so ein gebrottetes Server ist, oder? Na ja. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil... Normalerweise ist das wirklich so, dass du echt sorgfältig mit der Munition umgehen musst und, ähm... Normalerweise... Ich kann es doch nie? Ist ganz komisch. Oh, ein Vorschlaghammer. Ich weiß nicht, äh... Soll man das denn jetzt fertig machen? Ja, wir können ja noch... Ja, gut. Jetzt sind eh schon 20 Minuten um. Eigentlich... Das ist doch eigentlich jetzt schon so ein Letztest für 20 Minuten. Ist doch eigentlich ganz gut. Echt schon 20 Minuten um? Ich glaube ungefähr. Vielleicht ein bisschen drunter. Hm. Habe ich hier gar nicht was mitbekommen. Aber, ähm... Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen, irgendwie. Aber... Ja, auf Ende konnten wir euch das schon zeigen. Das dauert eh relativ lange, ne? Ja, das dauert schon relativ lange. Ja, das dauert schon lange. Hast du die ganzen Zombies sehr gekillt? Achtung, Kind bei dir! Ist natürlich jetzt ein bisschen... Unherausfordernd mit... Die ganze Zeit mit... Unendlich Moni. Ja, das ist klar. Das bringt jetzt auch nichts mehr mal weiter. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ihr habt das Prinzip hier schon verstanden. Falls euch das gefallen, hat's dann... Moment, kann ich gleich weiterreden? Ganz einfach zu hindern. Ich glaube, ich muss die Sommerpick bleiben. Ja, wenn's euch gefällt oder was ihr von dem Spiel haltet, schreibt's in die Kommentare bei mir oder im Skuldo. Ja, genau. Und, ähm... Ja, wenn ihr wollt, dass wir eine andere Karte spielen oder wirklich mal den anderen... So, jetzt mal ohne, dass wir unendlich Munition haben. Dann schreibt's in die Kommentare und... Ja, dann würde ich mich mit diesem Krieg hier eigentlich schon verabschieden. Ja. Und... Dann halte ich mich fürs Zuschauen. Und... Dann... Achtung! Unter hier! Was? Unter mir? Okay. Und dann... Tschüss, oder? Ja. Ciao! Ciao!